Wenn du nun fertig bist mit dieser ersten Übung, so findest du in den Materialien noch drei weitere Seiten. Immer jeweils mit einem Auftrag im oberen Bereich und dann mit diesem Text, der eben von dir korrigiert werden soll. Lies bitte den Auftrag genau, worum es geht. Es sind alles Techniken, die dir in den vergangenen Lernfilmen gezeigt wurden. Und beachte bitte sorgfältig eben die Lösung als PDF, damit du eben keinen Fehler übersiehst und der Text anschließend in makelloser Form gespeichert wird. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Arbeit.